eins herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fall von Tekken Live mit dabei 85 Meter und ein David Hallo David hat mir eine Auftrage gegeben, ich muss Wings machen okay dann machen wir Wings aber es sieht schlecht aus wenn wir kaum Copper haben und dazu brauche ich Silber wie viel Wings brauchst du denn? 2 Stacks 3 Stacks so viel haben wir nicht so viel kann ich den leider nicht geben wenn wir so viel Copper haben wir nicht wo kommt jetzt ist die Frage wo kommt der Liquid Center hin? also ich hab dir jetzt 1 Stack und 16 Stück sag das schon mal er hat sein Müll hier hingeleert supi 6 ist recht Müll brauchst du mehr? ja mehr ja willst du dann die komplett ausgebaute Amo haben? ok aber das Problem ist mit Copper 2 Copper ok das kannst du vergessen wieso ich hab mir mit dem ganzen Copper gemacht mir auch wo ist das ganze Copper hin? Bilder hast du was noch im Inventar? ne ich hab nix mit dem Inventar ich hab nur noch ein paar Sachen die ich hier drüben reinschmeiße wir haben da auf jeden Fall 32 Generatoren bis ja wahrscheinlich dann dort reingelandet ok ok ja das heißt wohl oder übel wir müssen nicht wirklich in der normalen Farm gehen ja ähm ja ein bisschen kann ich hier noch machen ein bisschen habe ich jetzt noch rausgepickt schreibt in die Kommentare Widow ist schuld genau ich bin schuld könnt ihr alles bei mir nachgucken ich bin nicht schuld alles ist ne Lüge so jetzt hast du zwei Stacks da dann prügelst du mir vor die Füße hab ich schon ja richtig immer drauf da wir müssen mal wieder neue Energiequellen anzapfen wenn wir die Power Armor laden oder so dann geht die Energiequellen die Power Armor die ich jetzt baue die muss doch nicht mehr laden ladet sie von alleine oder was? ganz ähnlich okay das ist super das ist supi das ist ja klasse 1a klasse das heißt ich mach mir eine ausgefertige Montur also das heißt Kaufelspitzhacke Hacke Kaufel Kacke was das brauche ich eine Schaufel das brauche ich eine Wege brauche ich nicht ob wir davon genug haben ich könnte verbrauchen Fakkel ja schön David sie können fliegen flying is not allowed also was ist passiert David? flying is not enabled also ja flying is not allowed jetzt aber frech ok fackeln äh können wir schlafen? ja können wir gerne machen Yoshi das ist frech was denn? frech ja es hätte nicht erlaubt dann mach es aus und tschüss er flieht und ist raus da fliegt der Vogel left you game wenn das in seinem realen Leben ergeben würde ne? Superman würde immer aus dem Leben gekickt werden wenn ich nur David hatte seine voll ausgerischte Power Armor ja ganz voll ausgerüstet ist ja du hast meine Katze Hand bitte mach er hat eine Ausrüstung die er nicht benutzen kann aber so gar nicht oh ja die Maschine steht hier auch wenn wir zu viel Gummie haben von irgendwas hat man immer zu viel ne? weh wo was? von irgendwas hat man immer zu viel ne? ja ja immer immer ach das ist ich wollte hier eh nicht mehr wieder rausfinden das weiß ich jetzt schon du warst weg er war weg ja David war weg echt? David? David? jetzt ist er weg super naja Kopper ja Kopper müssen wir sammeln richtig ganzen Haufen ganzen Haufen brauchen wir auf jeden Fall ja wo seid ihr denn jetzt hin? ich bin unten also dort wo die Quere äh unser Ding war ja circa ja ich geh noch ne Etage höher hab ja die Kratzerhand war noch nicht ganz aufgeladen aber das reicht schon ach ich weiß wo du lang bis gegangen bist so meine Idee war das Ding dort hinzustellen ich seh absolut nichts mehr gut vielleicht sollte ich mir doch ein paar Facke mitnehmen ja die Zuschauer werden's danken mhm oh sollte sollte die Facke aber nicht Tja Yoshi anscheinend brauchen wir doch nochmal ne Query ja schon aber die mal wird die Query an Ding hingesetzt an ein Dorf wen lang haben wir denn noch weiß ich nicht David David ist nicht da super der einzige der eine Uhr hat oder wie ja ich seh meine Uhr nicht ja ich seh meine Uhr auch nicht ich weiß nämlich auch nicht na zu lang doch jeden Fall na wollen wir denn kurz dann Pause machen nö aber da sollte jeder um Dick wieder kommen na ich hoffe doch weil mich drückt es unten rum wir sind da keine 10 Minuten auf Sendung oh ja Stock da nehmen wir doch da so einen Stock das müssten genug Fackel sein genau ja wofür brauchen wir nochmal den Kupfer brauchen wir einfach für Kabel und zuig David ja wie viel Zeit haben wir noch das weiß ich ganz genau es war 14 Sekunden das war so klar er kommt immer pünktlich immer zum Ende hin aber David macht naja also jetzt ist es vorbei tut uns leid ok Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal